Wenn man ein Durst hat, dann trinkt man ein Uludag-Gazaz. Ein Uludag-Gazaz. Und jetzt präsentiere ich, wie gut das ist tatsächlich. So machen. Das ist ein Uludag. Ich zei, das schmeckt ja nicht wie hier ist, he? Ja, das schmeckt nach Gummibälen. Ich meine Tatum trinkt, ich weiß nicht mehr. Uludag-Gazaz. Die Herzensrunde.